Panama Papers, der Skandal Steuerhinterziehung. Darum geht es heute bei Made in Germany, dem Wirtschaftsmagazin der DW. Herzlich willkommen. Nicht einmal 75.000 Quadratkilometer ist Panama groß, aber Sitz hunderttausender Firmen. Weil die meisten davon nur so groß wie ein Briefkasten sind, ist das auch kein Problem. An sich sind die natürlich nicht illegal, aber häufig das, was die Inhaber damit anstellen. Falls Geld versteckt werden soll, geht das in Ländern wie Panama besonders gut, weil es hier ein strenges Bankgeheimnis und niedrige Steuern gibt und man anonym Unternehmen gründen kann. Wie genau Millionen Euro, Dollar und Rubel irgendwo im strahlend blauen Himmel der Steueroasen verschwinden, zeigt Krit Hofmann. Der deutsche Justizminister z.B. hat jetzt ein Transparenzregister gefordert, damit die wahren Eigentümer der Briefkastenfirmen bekannt werden. Das sieht aber doch schwer nach Aktionismus aus. Denn grundsätzlich ist das Problem Briefkastenfirmen doch schon lange bekannt. Markus Meiser von der internationalen Organisation Tax Justice Network. Panama ist nur ein Mosaikstein von vielen. Warum wurde diesen Ländern nicht schon längst das Handwerk gelegt? Das sind sehr mächtige Interessen, die das zu verhindern müssen bislang. Bank hat gesehen, USA hat ganz massiv Druck auf die Schweiz ausgeübt. Immerhin ist dort jetzt das Bankgeheimnis gefallen. Warum nicht bei diesen anderen Ländern wie Panama z.B.? Sie sagen ja, Deutschland selbst ist eine Steueroase. Woran machen Sie das fest? Es gibt verschiedene Aspekte dessen. Ein Aspekt etwa ist, dass es deutschen Bankern sehr leicht gemacht wird. Ausländisches Geld aus Steuerhinterziehung, aus anderen Straftaten. Ausmaß ist so groß. Das Problem grundsätzlich war lange bekannt. Das Ausmaß ist jetzt aber sehr groß. Wird sich jetzt nicht doch mal tatsächlich etwas ändern? Ich denke, wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir in der Politik sehr deutlich machen, Druck auf die Politik höher mit modernen Technologien. Es ist ja sehr viel einfacher, etwas zu hacken, als jetzt wochenlang z.B. diese 11 Mio. Dokumente aus Panama auszudrucken und damit Lastern abzutransportieren. Frau Hoffnung, ganz kurz, ja oder nein, wird sich jetzt tatsächlich grundsätzlich etwas ändern? Solche Enthüllungen wie jetzt die Panama Papers kommen nur durch Insider ans Licht, durch mutige Einzeltäter, die sich auf einen für sie persönlich gefährlichen Weg trauen. Denn sie verstoßen gegen Gesetze und das Bankgeheimnis und sind damit nicht nur in den Augen der Finanzbranche kriminell. Rudolf Elmer ist einer der ersten Whistleblower, die es wagten, die Offshore-Geschäfte von Schweizer Banken anzuprangern. Carmen Mayer hat ihn in Zürich getroffen. Urlaub und Angst, das passt nicht zusammen. Und das wissen auch Terroristen. Wenn sie Urlauber töten, vernichten sie Menschenleben und erschüttern die Wirtschaft. Seitdem sind die Buchungen drastisch eingebrochen. Was bedeutet das für die Orte in der Türkei, die praktisch ausschließlich vom Tourismus leben? Joachim Eggers war in Antalya und hatte ungewöhnlich viel Platz. Ob die Touristen dieses Mal wieder so schnell vergessen, darüber spreche ich jetzt mit Timan Brück, dem Gründer und Leiter des International Security and Development Center. Würden Sie denn jetzt in Urlaub in die Türkei fahren? Also ich würde, wenn, dann nicht wegen des Terrorismus nicht in die Türkei fahren, sondern wegen der politischen Situation überhaupt. Ich war selber mal dort. Ich fand die dortigen Sicherheitsvorkehrungen nicht besonders überzeugend. Also in den Hotels gab es zum Beispiel Metalldetektoren, die waren nicht mal an. Aber Angst vor Terroranschlagen haben Sie nicht? Also ich bin regelmäßig viel unterwegs. Ich fliege auch oft über Istanbul. Aber ich glaube, man muss sich nicht so viel Sorgen machen, wie die Medien das im Moment suggerieren. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Terroranschlags... Terroristen wollen ja ganz gezielt Angst erzeugen bei den Urlaubern. Zum Beispiel auch in Tunesien. Muss ich jetzt nach Tunesien in Urlaub fahren, um die dortige Demokratie zu reizt? Das haben Sie auch schon gerade gesagt. Wir sind in Europa auch nicht sicher vor Terroranschlägen. Haben jetzt jüngst die Anschläge in Brüssel gezeigt. Müssen wir uns jetzt auch in Europa auf mehr Kontrollen einstellen oder müssen wir einfach lernen, besser mit der Terror? Ganz kurz, wenn Sie jetzt der mächtigste Mann der Welt wären, stellen wir uns das mal kurz vor. Was wäre Ihre erste, Ihre wirksamste Maßnahme gegen den Terror? Ich glaube, ich würde versuchen, auf anderen Politik... Wenn keiner mehr nach Tunesien, Ägypten oder in die Türkei fahren will, dann können die großen Tourismuskonzerne umschwenken. Auf Spanien etwa. Das tun sie auch. Aber sie müssen auch umdenken. Sie werden immer mehr zu Krisenmanagern. Die TUI hat an ihrem Hauptsitz in Hannover ein Krisenzentrum eingerichtet mit großer Video-Wall und neuster Technik. Sie will zumindest ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, damit ihr nicht die Kundschaft wegbricht. Aber nicht nur für ihre Reisefreudigkeit sind die Deutschen weltweit bekannt, sondern auch für ihr Bier. Nächste Woche widmen wir uns mit viel Genuss dem deutschen Traditionsgetränk. Denn das Reinheitsgebot feiert seinen 500. Geburtstag. Wer es schafft und was man dafür alles lernen muss, das sehen Sie nächste Woche bei uns. Außerdem stellen wir Ihnen Bierrebellen vor, die von dem Reinheitsgebot die Nase voll haben. Wenn Sie uns schon vorher vermissen, dann schauen Sie doch auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich alle Reportagen auch noch einmal anschauen. Und mich persönlich erreichen Sie auch über Twitter. Bis bald.